Wie SimGuruFrost auf Twitter geteilt hat, soll es bald schon ein paar neue Infos zu nächsten Plänen für The Sims 4 geben. Schon am 31. März hat SimGuruFrost zwei relativ interessante Tweets geteilt. Da wir aktuell relativ wenige Informationen über die nahe Zukunft von The Sims 4 haben, soll es wahrscheinlich in der nächsten Woche einen neuen Blog-Eintrag von verschiedenen Entwicklern auf der offiziellen Webseite der Sims geben. Auch wenn hier nicht explizit erwähnt wurde, dass dieser um die kommenden Packs oder Updates gehen wird, gehe ich stark davon aus, dass der erwähnte Beitrag wenigstens ein paar kleinere Informationen dazu bereithalten wird. Ich bin wirklich gespannt, inwieweit wir neue Informationen zu kommenden Inhalten sehen werden. Alles erfahrt ihr dann ebenfalls nochmal in einer weiteren Short-News. Freut ihr euch schon auf den anstehenden Blog-Beitrag? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video! Bis zum nächsten Video!